Yo Leute, ich bin's wieder, Orbit Marvin, come back zu einem Video. Ja, ich habe wieder ein Video gemacht, aber um das geht es nicht, sondern die Frage ist, ich bekomme ja die eine Kamera, habe ich ja schon, genau, vor einer Woche oder so, wie immer gesagt, und ich wusste ja nicht, wann ich die Kamera bekomme, aber heute weiß ich es, und zwar, ich bekomme sie Sonntag, das ist morgen. Ich kann aber noch nicht sagen, was genau das ist, ich glaube, das war eine GoPro, ich bin mir nicht sicher, und die Frage jetzt einmal auf euch lautet, was soll ich mit ihr machen, soll ich wohin gehen, was erzählen, ich weiß, das klingt komisch, oder soll ich dann mit Black Ops 2 oder Entos aufnehmen, so wie ich es erst mit dem Video gemacht habe. Das liegt dann halt am einfachen, ja, ich habe ein Video gemacht. Das ist ein Video gemacht, 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 Vielen Dank.